Ja, schon traurig. Die Maya wollte ihr Bad nehmen. Alles trocken. Na, Mädel? Es ist schon wirklich erschreckend, wie die Bäche ausgetrocknet sind. So wenig Wasser. Tja, auch hier alles trocken. Ja, kein Plätschern des Baches. Alles trocken. Kleines Rinsal. Ja, Gott sei Dank noch nicht ganz ausgetrocknet. Aber er war ganz trocken. Vorgestanden hat es geregnet. Na ja, hier habe ich schon öfters übernacht. Ja, der Wasserfall ist trocken. Also, das Kaffee, das alles umdrucken ist. Krass. Richtig heftig. Das hier war ein kleiner Wasserfall. Teufelsloch. Ja. Teufelsloch. Da kannst du nicht mehr baden momentan. Geh mal wieder weiter. Ach. 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 Von da unten kommen wir her. Lauf. 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 Ne. Ja, da unten steht ein Reh. Oder sitzt ein Reh? Dann sind da Füchse. Junge Füchse. Neckar. Am Wasserfall. Wie... Schon traurig. Die Lötter ist nicht mehr mit Baden. Normalerweise kannst du hier baden, hm? Ja, ein trauriges Bild. So sieht es leider überall aus. Ja, da muss man heulen, Maja. Hier mit Wasser. Brombeeren. Die sahen letzte Woche noch richtig schön aus. Aber alles vertrocknet jetzt. Alles vertrocknet. Tja, auch hier alles trocken. Die Gänse suchen Schutz im Schatten. Der ausgetrocknete Müllbach. Schon krass dieses Jahr. Zum Schluss aber ein paar schöne Bilder. Ein Taubenschwänzchen. Ein Taubenschwänzchen. Das ist nur sehr schlecht. Aber das ist nicht nur sehr schnell. Es ist nur sehr schnell. Es wird endlich wieder Wasser. Maia Spadewanne ist voll. Ja, heute Morgen auch schon wieder ganz andere Farben, grün. Ach, ist das schön, wenn der Bach läuft. Maja, jetzt hast du eine große Badewanne. Hä? So viel Wasser. So viel Wasser, jetzt müssen wir jetzt mal rüberkommen. Und tschüss, bleibt geschmeidig, Leute. Die Biber.